Ja, das sieht schön aus. Das sieht schön aus. So, schauen Sie mal den Sprecher. Und ich stelle jetzt die Frage. Ist das dann falsch? Ja, natürlich. Ja, dann können wir die Langebäste und dann wollen wir auch mit der Bier. Ja, dann kommen wir zusammen. Also, die Langebäste! Ja, der ist so... Wenn ihr da sitzt! Das macht's nicht so früh! Ja! Dann können wir jetzt schon malsehen, Dann hij besuchte... Dannimientos zu Oxen, dann souligen wir uns sehr schön aus. Das heißt, wir haben die Langebäste! Also, dass wir nicht so richtig sind. Untertitelung im Auftrag des ZDF Untertitelung im Auftrag des ZDF